Hm, die Super-Fast-Challenge von Fast Forward ist gestartet. Was könnte man denn zum Thema ansteckend machen? So, von Corona habe ich jetzt schon die Schnauze voll. Vielleicht radikale Osteochemie, aber das ist es jetzt auch nicht. Aber wieso lachen wir überhaupt? Chuck Norris hat Pi zum Ende aufgezählt. Vielleicht haben jetzt die Mathematik unter euch gelacht und vielleicht auch die Personen, die mit ihm in einem Raum waren. Das liegt an den sogenannten Spiegelneuronen. Sie heißen so, weil sie uns dazu veranlassen, unser Gegenüber nachzuahmen. Diese Neuronen sind Nervenzellen, die aktiviert werden, wenn zum Beispiel ein anderer Mensch eine Bewegung macht. Wenn diese aktiviert werden, werden unsere Lachmuskeln so gesehen in Bereitschaft versetzt. Sie helfen uns, sozialer zu sein und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu bewahren. So sind nur 10 bis 20 Prozent unserer Lacher von Witzen bedingt. Wie schon gesagt, werden unsere Bewegungen, wie zum Beispiel Lachen, auf nervlicher Ebene wiedergespiegelt. Das ist auch der Grund, wieso Gähnen auch ansteckend ist. Auf jeden Fall werden diese Spiegelneuronen durchs Sehen aktiviert. Britische Forscherinnen und Forscher stellten sich jetzt nun aber die Frage, ob Spiegelneuronen auch durchs Hören aktiviert werden können. Und siehe da, Studienteilnehmer wiesen erhöhte Hirnaktivitäten bei akustischen Gefühlsäußerungen auf. Somit sind zum Beispiel Triumph und Spaß mit einer höheren Aktivität verbunden als Angst oder Ekel. Somit lässt sich dazu schließen, dass positive Emotionsäußerungen durch den auditiven Kanal auch ansteckender ist. Die Spiegelneuronen wurden im Areal F5 des ventralen prämotorischen Cortex gefunden. In anderen Hirnarealen konnten diese aber auch reproduziert werden. Wie zum Beispiel im Inferion paritalen Cortex. Deswegen ist auch von einem Spiegelneuronen-System die Rede. Der Psychologe Ramachandran, also ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, ist sich sicher, dass die Spiegelneuronen die Entdeckung sind für die Psychologie. Das Motto greifen auch diverse Dating-Coaches auf und vergöttern die Spiegelneuronen und ihre Wirkung. Wir müssen jedoch vorsichtig sein. Spiegelneuronen sind nicht für alles verantwortlich. In den Boulevard-Medien heißt es manchmal, dass sie die Sprache, Globalisierung und Kultur beeinflussen. Doch das ist nicht wirklich so. Viele schließen auch darauf, dass Empathie durch Spiegelneuronen bedingt ist. Dafür gibt es aber noch nicht ausreichend Beweise. Spiegelneuronen sind zwar durch das Verständnis für eine Handlung hilfreich, doch mehr als Imitationen können sie wahrscheinlich nicht. Jetzt wissen wir also, wieso Lachen ansteckend ist und dass die Superstars, also die Spiegelneuronen, doch nicht so viel können, wie immer behauptet wird. An ihnen kann und muss definitiv noch viel mehr geforscht werden. Ich hoffe, euch hat die Science-Story gefallen und ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn ihr wissen wollt, wieso wir über Tourette lachen, schaut doch gerne in meine Bio vorbei. Dort habe ich meinen Link zu dem YouTube-Video von meinem Hauptkanal gepackt. Und schaut auf jeden Fall auch noch bei den anderen Teilnehmern vorbei. Bis hierhin, ciao! Bis hierhin, ciao! Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.